Hallo, hier ist GermanScareLP. Ihr habt auch gerade selber gehört, SCP-087B. Wir spielen dieses Spiel und gucken wie weit wir kommen und vor allem mit 25 GB Aufnahmesprecher. Aber ich glaube nicht, dass wir in diesem langen Tempo so schnell vorankommen und ich bin einer, der jetzt ziemlich schnell erschreckt. Deswegen noch GermanScareLP. Stop 3 und die erste Falle. Okay, ja wir sind jetzt ein bisschen nicht so weit vorne, aber wir sind schon auf dem Weg. Ich habe das AIMO irgendwie schon so... Meep. Ich habe schon einmal ganz weit geschafft, aber... Fuck, Alter. Ich habe mich so ein bisschen erschrocken. Naja, ich komme nicht so gerade immer weit, weil wenn ich mich erschrecke, ich ganz schnell die Orientierung verliere. Fünf... So... Ähm... Sowas könnte, glaube ich, über eine gesamte... über eine Stunde gehen, aber... Nevermind. Ich würde mal sagen, wir verlieren so langsam die Verbindung davon, von diesen... Typie... Motherfucking... Typie... Motherfucking... 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 Hm... Jo... Also, was könnte ich so viel zu diesem Spiel sagen? Ich bin nur für eine Verbindung! Ich bin nur für eine Verbindung! Ja... Ich glaube, jetzt hat es das Monster eingegriffen. Es ist Stockwerk 9. Und die zweite Falle, dieses Mal gehe ich links lang. Ja... Und was man auch immer, ey, was... blablab... Was auch immer passieren möge hier im... German Skirr ist bei euch, meine leiden kleinen Kinder hier! Ja... Ja... Pff... Ja, mit 13 Jahren darf man sich aber auch ein bisschen erschrecken. Ja... He... 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 Warte mal kurz! Einen Moment mal! Das... Das fällt mir jetzt erst auf! Warum geht die Stockwerkzahl höher ab, wenn wir nach unten gehen? Versteht man nicht! Ich sitze hier im Dunkeln vor meinem großen Monitor. In diesem Fall ein LCD-Fernseher. Und... Höre Schritte... Plus, ich bin ganz fixiert auf das Schwarze. 13... Okay... Genau, wir jagen das Schwarze, ne? Wir... Wir rennen den Schwarzen hinterher. Ähm... Also die Dun... Ja, Dunkelheit, ich meine... Ja, die Dunkelheit. Oh, ja... 14... So, wo ich das letzte Mal gespielt hab, ähm... Ab 15 kam dann... Monster... Oder so... Keine Ahnung... Weiß ich nicht mehr... Fuck, Alter! Oh, meine Fresse! Oh! Das Herz pumpt... Sechzehntes Stockwerk... Nee, jetzt siebzehntes... Sechzehntes... Sechzehntes... Jetzt nach unten steht da... Achtzehn? Oder? Bitte? Sechzehn... Ja, du mich auch... Alter... Leck mich... Scheiß Augen, ey... Was auch immer... Achtete Stockwerk... Ich hab eigentlich keinen Bock mehr zu zocken hier... Aber... Ein German Scare muss tun... Was ein German Scare tun muss... German Scare LP... Wohlgemerkt... Ja... Ich werde halt nur so welche kleinen Spiele spielen hier so... Wie SCP... Obwohl sie auch riesig sind... Vorschläge von anderen Spielen... Beziehungsweise Horrorspielen... Nehme ich... Gerne an... Und die Augen habe ich irgendwie schon aus dem Augenwechsel gesehen... Also... Nicht gesehen, sondern... Malus sage ich... Denn wie eine Scheiße... Es wird abends nicht mehr abs... Zwanzigstes Stockwerk... Ich erwarte einen Schock, bitte... Ach, Alter... Aber im einundzwanzigsten bestimmt... Ja, ich glaube schon... Das habe ich jetzt nicht erwartet, Alter! Fick dich! Hello, Mr. Gay Face! Naja, okay... Boah... So... Und ab 30. Stockwerk... Alter... Das... Fuck, Mann... Ich... Ich sitze hier schon... Mein Gott... Ab 30. Stockwerk höre ich auf... Weil... Ich habe nicht so viel Speicher... Und... Ja... 23. Das... Stückwerk... Bitte... Monster... Keine Monster... Also wie gesagt... Ich nehme gerne... Welche Vorschläge für andere Spiele an... Solange es keine Virus sind... Mhm... Und solange sie nicht von selber ausgehen... Also... I'm scared... Das Spiel fällt schon mal aus... Mama... 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 26... Immer rechts... Ich bin Rechtshänder... Also... Ist rechts immer das Sicherste... Boah... Fick dich... Ist es... Ist es ein Monster? Ja, okay... Ich bin tot... Also das war's dann... Ciao...